So, Limbo-Dance. Super, danke für das Scheiß-Handy. Mal wieder nach Italien umschauen. Das ist Plata, der Yeti des Oberbergdales. Er zieht seine Runden auf der Suche nach Essen. Das macht schon alles blöd Sinn. Jetzt auch. So, illegalerweise in Italien. Ich bin in Quarantäne, oder? So, nice. Das ist aber halb ein Idiot. Ich bin in Quarantäne. Ich bin in Quarantäne. Ein Schlückerl sollte schon gehen, das ist nett. Ein Geburtstag, ein Schlückerl. Wer hat einen Geburtstag? Ein, danke. Alles Gute. Danke, danke. Und alle deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Danke, so nett. Danke. 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 Danke.